Einen sicheren Tresor für Ihre digitalen Daten holen Sie sich mit diesem USB 2.0 Festplattengehäuse mit RFID-Chipverschlüsselung. Nur wer einen passenden Transponder besitzt, kann die Daten auf einer 2,5 Zoll Festplatte Ihrer Wahl lesen. Zur Sicherheit gehört ein zweiter Chip zum Lieferumfang. So kommen Ihnen garantiert keine Daten abhanden. Erkannt werden die beiden Transponder per Funk. Einfach ans Gehäuse halten und schon sind die Daten freigegeben oder verschlüsselt. Langfinger haben hier keine Chance, denn die Daten kann man nur lesen, solange die Festplatte im Sicherheitscase ist. Bestellen Sie jetzt und genießen Sie das beruhigende Gefühl, dass Ihre vertraulichen Daten sicher und zuverlässig von neugierigen Blicken geschützt sind. Grundeig vonom komische Methoden Untertitelung des ZDF für funk, 2017